In Eophorvik Shia gibt es zwei Dränger. Also hier gibt es einen und hier gibt es einen. Das ist alles Eophorvik Shia. Oder Jeophorvik Shia heißt das ja. Krass. Bin ich ja... Boah, bin ich ja baff. So, schauen wir mal. Sprengen wir mal mit denen. Kämpfen wir mal mit denen. Treuer Gefolgsmann von Ragnar Lothbrok. Ich suche einen letzten sauberen und ehrbaren Kampf, da ich alt und gebrechlich werde. Ich will im Todesröcheln meine Würde behalten. Du sorgst nicht gut um dich selbst. Meine Kriegskleidung ist makellos, gut gepflegt und rein. Ragnar brachte mir hier über den Sommer meine Selbstachtung bei. Ein reines Gewissen, ein makelloser Eid und unbeschmutzte Treue sind von größerem Wert als jedes gereinigte Rüstungsteil. Weise und wahre Worte. Habe ich nun die Ehre? Ein sauberer Kampf ist alles, worum ich dich bitte. Ja, los geht's. Möge Odin unserem Tanze beiwohnen. Kämpfen wir. Dein Gewand wird noch ein letztes Mal von Rabenwein getränkt. Meine Kampfeisen sind in Wälder. Aber gleich, ne? Gleich geht's los. Das ist so krass manchmal. Okay. Diese blöde Werferei. Zwei Schilder? Das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Das ist ja krass. Alter Schwede. Hier kann man sich noch was abgucken, ey. Ich will nur schlafen und sauberen Wälder. Nur die Fals. Ja, jetzt er. Vorbei mit dir. Ah, ich blute aus sauberen Wunden. Ich danke dir für diesen letzten Kampfesgesang von gut gefertigtem Eisen. Geh deinem makellosen Sieg entgegen. Lebe wohl, ehrbarer Dränger. Ja, damit wieder ein Dränger gestorben. Ich glaube, wir müssten jetzt die schon bald alle durchhaben, ne? Wir haben ja schon einige jetzt getötet hier. Das war der Dränger in Geofeusch hier. Genau. ... ... ...